Ähm, ehrlich gesagt Für die Leute, die im Verkauf arbeiten, finde ich das nicht gut so, weil es doch relativ spät ist eigentlich. Manche Läden haben sogar bis 24 Uhr auf und das finde ich etwas übertrieben. Für die Konsumenten, okay, ich kann verstehen, wenn einer lange arbeitet, dass er dann noch einkaufen will, aber eigentlich müssen die nicht so lange auf sein, die Geschäfte. Das reicht, wenn das bis 19 Uhr wäre, glaube ich, würde das vollkommen ausreichen. Nein, ich fand bis sieben, bis acht reicht. Weil ich finde, ich finde das eigentlich unmoralisch, wenn Läden so lange offen haben und das ist nicht richtig. Ja, ich finde das sehr gut, nur manche Läden sollten länger geöffnet werden. Ich kaufe gerne bei Rewe, aber manchmal könnte man noch, also frühmorgens anfangen vielleicht. Jetzt weiß ich nicht, ob das sechs Uhr wäre zu früh oder das ist möglich. Ja, genau, genau. Sonntag ist fantastisch, da kann man spazieren gehen, einkaufen, das finde ich toll. Vielen Dank, das finde ich, ja, das finde ich fantastisch. Nein, das ist zu lange bis 24 Uhr. Was soll der Quatsch? Da geht stets doch keiner mehr drin. Wenn wir abends aus dem Theater kommen, dann kommen wir um halb elf mit dem Straßenbahn an der Fenloer Straße an Paris. Da stehen dann zwei Leute drin, um halb elf, was soll der Quatsch? Und die Leute, die dann am Samstag arbeiten, die möchten auch Feierabend haben. Und deshalb bin ich der Meinung, 16 Uhr, Feierabend. Samstag 16 Uhr und normalerweise bis 20 Uhr ist meine Meinung. Ich bin davon nicht betroffen, dass ich um 20 Uhr einkaufen muss. Aber ich finde auch so für die Verkäuferinnen und so, wirklich müsste das eigentlich reichen. Bis zum nächsten Mal. Es ist eine große Nachfrage, dem Angebot zu folgen, was die Grünen machen, sich aktiv zu beteiligen an der Meinungsbildung einer Regierungspartei. Es haben schon über 7.000 Menschen sich beteiligt an der Online-Umfrage. Sie läuft noch bis zum 4. März und wir erleben hier gerade, trotz der kalten Temperaturen, dass Menschen während ihrer Mittagspause eben an den Rechner gehen, sich aktiv einmischen und ihre Meinung kundtun. Damit eine kluge und weise Entscheidung, die eben auch aktiv mit einbezieht, was wollen die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen, wie stehen sie zu den Ladenöffnungszeiten, soll alles so bleiben, wie es ist oder soll man es ändern, gefällt werden kann. Wir haben ja vor anderthalb Wochen angefangen und die Resonanz ist absolut unglaublich. Es haben schon über 7.000 Menschen mitgemacht bei der Umfrage. Und auch die Debatten, die auf der Seite stattfinden, sind super, also sehr qualifiziert, sehr differenziert. Und deswegen glaube ich, dass es ein Riesenerfolg ist, diese Aktion. Also ich glaube, dass Parteien gut daran tun, bevor sie wichtige Entscheidungen treffen, die den Lebensalltag der Menschen wirklich betreffen, dass sie wirklich breit beteiligen. Und da ist natürlich, das Netz bietet ganz neue Möglichkeiten, wie wir es jetzt eben auch bei den Ladenöffnungszeiten halt machen. Und ich glaube, dass das Instrument ist, das wir als Grüne auch in Zukunft etwas nutzen werden. Wir werden die Ergebnisse auswerten. Bis zum 4. März kann man ja noch mitmachen. Und dann werden wir das uns anschauen und werden dann auf unserem Landesparteirat am 25. März eine Entscheidung treffen, wie wir uns als Grüne positionieren. Das heißt, jeder Mensch kann noch bis zum 4. März Einfluss auf grüne Regierungspolitik nehmen. Ja, bis zum 4. März läuft unsere Aktion noch. Auf www.grüne-nrw.de kann jeder und jede Einfluss auf grüne Regierungspolitik nehmen. Beteiligt euch und gestaltet Nordrhein-Westfalen mit.